Die einfach erzählte Botschaft, dass man sich in seiner Verschiedenheit auch akzeptieren kann, drückt Sebastian Meschenmoser in einer konsequenten künstlerischen Gestaltung aus. Meschenmoser ist ein ganz genauer Beobachter der Gegensätze, der chaotische Lebenskünstler Tarpier und der ordnungsliegende Fedant Ron. Er charakterisiert die beiden Tiere mit einem feinen und schnellen Strich und in treffenden Körperhaltungen und in hinreichendem Weg. Originell ist Gordon und Tarpier nicht nur wegen seiner für ein Bilderbuch ungewöhnlichen Protokamisten, einem Pinguin und einem Tarpier-Innen, sondern auch in der Gestaltung seiner Räume. Sehr kindgerecht, mit Bleistift und Buntstift, erzählt er diese Geschichte über das Anderssein, über Toleranz, über Freundschaft und er zitiert dabei auch Elemente und Stile aus der Kunstgeschichte. Simon Boulard-Ries und Gerard Dubois, ein Apfelbaum im Bauch. Das Buch erzählt eine absurde Geschichte, die der kindlichen Vorstellungswelt entstammt. Wer hat sich eigentlich noch nicht gefragt, was mit all diesen verschluckten Apfelkernen eigentlich passiert? Bis zum Ende hin folgt dieses Gedankenspiel konsequent der Logik eines Kindes und wird nicht zugunsten einer tröstlichen Lösung am Schluss verraten. Aber es wird nicht nur mit der Fantasie gespielt, sondern auch mit historischen Darstellungsformen. Im Retro-Design, das auf Kinderbücher vom Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgreift, entwickelt es für die kleinen Betrachter eine neue Bildsprache, die dennoch modern wirkt, weil sich objektive und subjektive Bildebenen vermischen. So verlassen die Illustrationen die Ebenen des Darstellerischen und sie geben Auskunft über Seelenzustände. Das Gesicht des Jungen wird zum Wurzelstock, die Haare zu einem Gewirr aus Ästen und Zweigen. Nicht zuletzt aufgrund dieser Bilderfindungen ist ein Apfelbaum im Bauch ein ungewöhnliches und zugleich auch ein sehr witziges Bild. Annemarie von Heringen Koko und das kleine Schwarze Zerbrechlich wie eine Eierschale ist die kleine Koko und filigran mit zarten Strichen sind auch die Illustrationen, mit denen die Geschichte der Modeschöpferin Koko Chanel erzählt wird. In überaus pointierten Bildern, die sich an den grafischen Stil von Modezeichnungen angehnen, spielt Annemarie von Heringen vor allem mit Formen und mit Perspektiven. Inhaltlich beschränkt sich das Buch aber nicht auf den biografischen Aspekt, sondern es gibt das Beispiel eines unkonventionellen Mädchens, das überkommene Traditionen überwindet und durch die Mode eine emanzipatorische Kraft entfaltet. Sprachlich überzeugt dieses ausgefallene Bilderbuch mit seiner lebendigen und oft wörtlichen Erzählweise. Thornton Kuhlmann, Lindbergh, die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Mäuse. Lindbergh ist keine der niedlichen, süßen Bilderbuchmäuse, die wir alle kennen. Nein, Lindbergh ist schlau, mutig und vor allem ist er sehr emsig. Durch nichts lässt er sich von seinem Vorhaben abbringen, den Atlantik mit einer Flugmaschine zu überqueren. Thornton Kuhlmann öffnet mit diesem Bild den Raum für ganz viele Themen. Die Auswanderung nach Amerika, den Traum vom Fliegen, die Faszination der Technik und nicht zuletzt die Beharrlichkeit, sich nicht unterdrücken zu lassen. Dabei belässt Kuhlmann seine Geschichte nicht im luftleeren Raum, sondern er verortet sie in Hamburg Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein ganz großer Reiz dieses Buches geht von dieser Authentizität aus, den realistischen Selbststadtdarstellungen und der Patina der Illustrationen. Jede Seite ist anders aufgebaut, mal in der Draufsicht, mal in der Untersicht und oft liegt die Darstellung von der Überdacht der Menge, der sich diese kleine Mausgänge überfindet. Eine kurze Geschichte der Luftfahrt schließt dieses Buch ab. David Wiesner, Herr Schnuffes Kaum Text enthält dieses Bilderbuch. Allein die Illustrationen erzählen die schräge Geschichte vom Raumschiff mit dem kleinen Männchen, das mitten in dem Wohnzimmer landet und die Ruhe des Katers, Herr Schnuffes, stört. Ein Science-Fiction in Bilderform, der Augenzwinkern mit diesem Genre spielt. Die fiktionale Handlung kontrastiert zum realistischen Stil der bildlichen Darstellung. Alles ergibt einen Sinn und alles ist auch durchdacht. Von der Geheimsprache, in der sich die Außerirdischen unterhalten, bis hin zu den Bezügen in der Kunstgeschichte, wie der Bürokratikenschrift und der Bödenmalerei. Durch seine konsequente Aufteilung in Panels ist das Bilderbuch ein Vorläufer für Graphic Novels. Es führt auch schon Kinder im Vorschulalter an die Rezeption dieser grafischen Art des Erzählens heran. Jean Tan, die Regeln des Sommers Die Regeln des Sommers sind nicht von Erwachsenen gemacht. Sie entstammen einer kindlichen Wahrnehmung und bleiben in ihrer Logik rätselhaft. Sie ordnen eine vertrackte Kinderwelt, die belegt wird von fantastischen Roboterwesen und Maschinen. Sie ist paradiesisch und zugleich düster betonlich. Das Zusammenspiel von Text und Bild in diesem Buch eriktiert. Nur fragmentarisch wird eine Geschichte zweier Freunde oder Brüder erzählt. Die Wechselwirkung zwischen Text und Illustration ist dabei immer gleich. Kurz formulierte Regeln treffen oft zu realistisch anmütende Bilder, die in ihrem farblichen und motivischen Reichtum viele Emotionen entdecken können. Mit zu passivem Humor zeigen sie die drastische, meist absurde Folge einer Missachtung der Regel auf. Ein Bilderbuch, das auf Augenhöhe ist mit der Malerei und eine Kindheit sehr viele Jahre begleiten kann. Und unsere Kinderbuch.